Morgen und übermorgen wird es extrem warm. Es wird wohl auch der wärmste Silvestertag werden bei uns in Deutschland seit Beginn der Wetter aufzeichnen. Bis zu 21 Grad werden morgen am Oberrhein erwartet. Aber wir hatten es ja gestern Morgen schon gezeigt, in einer Woche könnte es deutlich kühler werden. Und auch heute Morgen, der neuste Frühlauf der Amerikaner, bleibt dabei. Nach dem 9. Januar könnte der Winter zurückkommen mit Schneefällen bis in tiefere Lagen. Das hier wäre die Wetterkarte ganz frisch berechnet für morgen Samstag in einer Woche. Es bleibt also spannend. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Die vergangene Nacht war teilweise noch mal frostig gewesen. Es gab zumindest leichten Frost, wie hier in Reit im Winkel. Minus 5,0 Grad, Oberstdorf minus 3,6 Grad. Aber jetzt folgende Nacht, die wird schon wieder richtig warm werden. Zum Teil 10 Grad und mehr. Und dann kommt eben morgen am letzten Tag des Jahres die Warmluftdüse voll zum Tragen. Das hier sind die Temperaturen. Morgen am Silvestertag in 1500 Metern Höhe. Im süddeutschen Raum 10 bis 13 oder gar 14 Grad auf 1500 Metern Höhe. Tauwetter bis in die höheren Lagen der Alpen. Und auch viel Wind ist da mit im Spiel. Das sehen wir hier. Die Isobaren, die Linien gleichen Luftdrucks sind sehr eng beieinander. Und das heißt wie immer, da kommt viel Wind mit auf und zum Teil eben auch Sturmpotenzial. Aber Samstag in einer Woche sieht es schon völlig anders aus. Die frische Berechnung der Amerikaner heute Morgen zeigt uns plötzlich Temperaturen um die minus 7 bis knapp minus 10 Grad in 1500 Metern Höhe. Ein krasser Temperaturunterschied. Wir schauen uns mal morgen an den Silvestertag. Und dann eine Woche später deutlich kühler. So zumindest die Prognose der Amerikaner. Und dann immer wieder auch Schneesignale. Am Samstag in einer Woche Schneeschauer. Zum Teil auch mal Schneeregen bis in tiefe Lagen. Aber besonders oberhalb von 300 bis 500 Meter würde es demnach nur Schnee sein. Ja, von Schnee sind wir morgen weit entfernt. Das sind die Höchsttemperaturen im Modelloutput. Bis zu 17, 18 Grad werden da berechnet. In der Spitze sind deswegen auch mal 20 oder 21 Grad. Stellenweise am Oberrhein nicht ausgeschlossen. Richtig warm dieser letzte Tag des Jahres. Und nächsten Samstag zum Teil dann nasskaltes Schmuddelwetter. In tiefen Lagen so 3 bis 5 Grad. Nur noch in den höheren Lagen ab 300 bis 400 Meter leichter Dauerfrost. Der Winter wäre also zumindest teilweise wieder zurück bei uns in Deutschland. Und er würde stürmisch zu uns kommen. Die frische Prognose der Amerikaner zeigt ein Sturmtief. Auf einem Dreikönigstag hier über Norddeutschland zum Teil schwere Sturmböen bis orkanartige Sturmböen um die 100 bis 110 Kilometer pro Stunde. Lassen wir uns mal überraschen. Beim Dezember auf jeden Fall gibt es eine Überraschung oder auch nicht. Wie erwartet ist der Monat mittlerweile leicht zu warm. Plus 0,4 Grad beträgt die Abweichung. Wir hatten zeitweise mal eine Abweichung von 3 Grad zu kalt. 3 Grad unter dem Normalwert. Und jetzt liegen wir 0,4 Grad darüber mit dem heutigen Tag. Und morgen dem Tag wird wahrscheinlich diese Abweichung auf plus 1 Grad ansteigen. Und das ist im Grunde genau die Prognose, die Noah für den Dezember ausgegeben hatte. Wir schauen bei den Niederschlägen 57 Liter Niederschlag pro Quadratmeter bisher. Das sind 84 Prozent vom gesamten Monatsdurchschnitt. Und es gab 35 Sonnenstunden. Und damit ist das Sonnenschein soll zu 91 Prozent erfüllt. Es geht windig weiter. Ein Tief nach dem anderen zieht Richtung Mitteleuropa. Und im Schlepptau ist hier die extrem warme Luft. Und die wird uns morgen an Silvester und an Neujahr voll erreichen. Der Blick auf das heutige Wetter. Es gibt viele Wolken. Später zitiert hier aus Westen neuer Regen auf Richtung Nordrhein-Westfalen, Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg. Es wird nass werden, windig. Temperaturen im Südwesten so 11 bis 14 Grad. Im Rest des Landes 8 bis maximal 11 Grad. Hier im Nordosten scheint auch zeitweise mal die Sonne. In der kommenden Nacht bleibt es dann ziemlich mild. Es wird sogar noch ein bisschen milder werden. Hier und da 10, 11 Grad im Westen. Zum frühen Morgen schon 13, 14, 15 Grad. Da beginnen die Temperaturen anzusteigen. Wer morgen früh aus dem Haus geht, hat das Gefühl, ein Warmluftfön ist vor der Nase. Und dazu auch viele Wolken. In der kommenden Nacht immer wieder Regen. Und vor allen Dingen in der Mitte und im Norden auch ziemlicher Wind. Zum Teil Sturmböen, die da mit dabei sind. Ja, und dann morgen am Silvestertag im Norden viele Wolken. Zeitweise Regen, 15 bis 17 Grad. Sturmböen in den höheren Lagen, schwere Sturmböen bis Orkanböen um 120 Kilometer pro Stunde. Und im süddeutschen Raum Frühlingserwachen. 15 bis 21 Grad werden hier erreicht. Und dabei scheint sogar im Breisgau am Oberrhein zeitweise die Sonne. Da ist wirklich das Wetter wie im Frühling. Da kann man tatsächlich den Grill rausholen am Silvestertag. Aber wie gesagt, es ist auch viel Wind mit im Spiel. Und zum Abend Richtung Mitternacht, da lässt der Regen in vielen Landesteilen nach. Nur im äußersten Norden bleibt es immer noch nass. Und überall ist es auch weiterhin noch sehr windig. Und auch der Neujahrstag bringt ungewöhnlich hohe Temperaturen. Dann sehr viel Sonnenschein südlich der Mainlinie. 14 bis 20 Grad nochmal. Und in der prallen Sonne gefühlt wie 22 bis 23 Grad. Nach Norden dagegen mehr Wolken, noch ein bisschen Regen. Das Ganze hier aber auch bei sehr milden 13 bis 15 Grad. Es ist immer noch ziemlich windig. In den Hochlagen teilweise auch stürmisch. Zum Montag dann insgesamt mehr Wolken, wieder mehr Regen. Die Temperaturen gehen zurück auf 9 bis 14 Grad. Also die 20 Grad gibt es dann nicht mehr. Und danach Dienstag, Mittwoch, Donnerstag insgesamt immer noch sehr durchwachsen. 5 bis 10 Grad am Dienstag. Im Süden viele Wolken, etwas Regen. Der Mittwoch windig bis stürmisch. 6 bis 12 Grad, ähnlich auch der Donnerstag. Viele Wolken, vor allen Dingen nach Osten, zeitweise Regen. Winterwetter ist bis dahin erst mal nicht in Sicht. Und dann der Blick auf das erste komplette Wochenende im neuen Jahr. Freitag noch 5 bis 10 Grad. Später den Hochlagen schon anfangs so Schnee, Regen und Schnee. Und dann am Samstag und am Sonntag deutlich kühler. 3 bis 6 Grad am Samstag. 1 bis 6 Grad am Sonntag. Und vor allen Dingen in mittleren und höheren Lagen kann es immer wieder mal einzelne Schneeschauer geben. In den tiefen Lagen ist es meist nur Schneeregen. Also der Winter erpirscht sich langsam wieder zurück. Und man muss mal ganz klar sagen, es ist auf jeden Fall deutlich kühler als diese Spitzenwerte. Um die 21 Grad, die wir morgen beziehungsweise am Neujahrstag erwarten. Nochmal der spezielle Blick auf morgen auf Silvester in Sachen Windentwicklung. Wir sehen hier viel Rot im norddeutschen Raum. Morgen Mittag insgesamt und Nachmittag so 70 bis 80, teilweise 90 Kilometer pro Stunde. Windböen in der Spitze im süddeutschen Raum. Deutlich weniger. Hier passiert fast überhaupt nichts. Und noch der Blick auf den Silvesterabend. Es bleibt besonders im Norden sehr stürmisch. Immer noch hier Böen um die 80 bis 90 Kilometer pro Stunde. In den Hochlagen um die 100 Kilometer pro Stunde. Und nur ganz im Süden ist es auch hier deutlich ruhiger. Was den Regen angeht, es bleibt weitgehend trocken. Nur hier im äußersten Norden, da sind noch Wolken unterwegs. Und hier fällt eben zeitweise auch noch Regen. Auch um Mitternacht. Ansonsten überall windig und sehr warm. Auch um Mitternacht immer noch 10 bis 15 Grad. Ja und was macht nun der mögliche Wintereinbruch? Wir schauen mal auf Norddeutschland, auf die Ensemble-Prognose. Für die gesamte 1. Januar-Hälfte bis zum 15. Januar. Und auf jeden Fall wird es kühler. Naja, viel wärmer wird es auch kaum noch gehen. 15, 16 Grad an Neujahr und an Silvester. Dann geht es nach unten. Damann noch mal so ein kleiner Wärmeberg um den 5.6. Doch danach bleibt es insgesamt so im schmuddelhaften Wetterbereich. 4, 5, 6 Grad im norddeutschen Flachland. Meistens fällt da Regen, vielleicht auch mal Schneeregen. Aber so richtig einwintern will es erstmal nicht bis zum 15. Januar. Wir schauen nach Westdeutschland. Auch hier kann man eigentlich nicht die ganz große Einwinterung erkennen. Tja, es bleibt meist so um die 5 Grad in den tiefen Lagen. Ab 400, 500 Meter nass, kalt. Da kann es auch mal Schneeregen oder Schnee geben. Aber in den tiefen Lagen im Westen entlang des Rheins, der nahe der Mosel des Mainz, da ist wirklich kein Winter zu erwarten. Wahrscheinlich bis zum 15. Januar. Es ist zwar deutlich kühler als an Silvester und Neujahr. Aber auch hier einfach immer noch recht mild für winterliches Wetter, auch in den tiefen Lagen. Wir blicken nach Ostdeutschland. Auch hier das Gleiche. Zunächst 15, 16 Grad an Silvester und Neujahr. Dann wird es auch hier kühler. Aber auch hier bleiben wir meist so um die 4 bis 6 Grad. Da brauchen wir auch gar nichts groß hinein zu interpretieren. Da ist einfach kein Flachlandwinter zu erwarten. Höchstens oberhalb 400 bis 500 Meter kann es mal Schneeregen geben. Wir sehen auch hier einzelne Signale. Wie gesagt, in den höheren Lagen der Mittelgebirge ist da auch mal Schneeregen oder Schnee möglich. Und wir schauen nach Süddeutschland. Wir haben hier eine Höhenlage von knapp über 600 Metern. Und auch hier in dieser Höhe immer noch um die 4 bis 5 Grad bis zum 15. Januar. Auch hier ist keine Einwinterung zu erwarten. Ab und zu Niederschläge bei diesen Temperaturen. Meist Regen. Vielleicht auch mal kurzzeitig Schneeregen. Aber auf jeden Fall kühler als das, was wir morgen und am Neujahrstag erwarten müssen. In der Landesmitte auch bis zum 15. Januar keine große Veränderungen. Hier auch zunächst sehr warm. 15, 16 Grad. Dann auch hier eine Abkühlung. Aber trotzdem meist um die 5 Grad. Und das bis zum 15. Januar. Deswegen müssen wir wahrscheinlich davon ausgehen, zumindest die erste Januarhälfte wird ziemlich warm ausfallen. Ja und hier ist auch schon der neue Lauf der Europäer. Auch für nächste Woche Samstag. Und wir sehen, die Europäer wollen überhaupt nichts wissen von dieser Höhenkälte, die da beispielsweise eben noch berechnet worden ist vom amerikanischen Wettermodell. Die berechnet bis zu 4, 5 Grad plus in 1500 Metern Höhe. Demnach überhaupt kein Winterwetter. Auch nicht in den Mittelgebäckslagen am nächsten Samstag und auch am nächsten Sonntag. Die Wettermodelle sind also noch ziemlich unterschiedlich. Ja und Noah rechnet immer wärmer. Hier die neueste Prognose für den Monat Januar. Jetzt fast ganz Deutschland unter diesem dunkelroten Bereich. Und das heißt fast überall 3 Grad wärmer als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Ich kann es eben auch nicht schön reden. Das ist nun mal diese Monatsprognose der Noah. Ob die so kommt, wissen wir natürlich noch nicht. Aber wir haben schon gesehen, es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass die erste Januarhälfte verdammt warm ausfallen wird. Deswegen, so realitätsfern scheint diese Prognose überhaupt nicht zu sein. Wir bei wetter.net bleiben natürlich dran. Das war's vom Wetter. Tschüss, bis später. Das war's vom Wetter. Tschüss, bis später. Das war's vom Wetter. Tschüss, bis später. Untertitelung. BR 2018